Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin heute an einem Wochentag mal für euch da, weil ich letztes Wochenende leider nichts hochladen konnte. Ich hatte ein bisschen technische Schwierigkeiten. Irgendwie hat das YouTube-Torte rumgespackt. Unser WLAN wollte nicht so wie ich das wollte. Somit habe ich es einfach gelassen, weil ich soll mich ja nicht aufregen. Also habe ich es einfach gelassen. Ich habe jetzt für euch am Abend des Shopping-Einganges der ganzen Kartons, die ich jetzt bestellt hatte, habe ich jetzt einfach mich hingesetzt. Habe ein super natürliches Make-up und ich bin so begeistert von der Kombination. Ich hatte den Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter in der Farbe Medium in der Farbe 4. Hatte ich mir mal vor einigen Monaten bei einem 20% Sale bei Sephora geleistet. Und es ist eigentlich kein Make-up, sondern es ist einfach so ein... Es ist ganz schwierig. Es ist kein Make-up. Das ist irgendwie so ein Glowy-Produkt. Ja, ich verstreiche es mal auf der Hand. Und das ist so ein Make-up, was einen ganz tollen Sheen gibt. Und habe darüber mein Hourglass Powder in der Farbe Dim Light drüber gegeben. Und ihr habt ein super natürliches Finish. Habe dann praktisch die Augenbrauen ein bisschen ausgebürstet, weil viel muss ich ja nicht machen, da ich ja die Micro gebladet bekommen habe. Und wollte euch einfach meine Beauty Bay Douglas und in der Stadt praktisch Ausbeute zeigen. Ich war beim Sephora mit einer meiner engsten Freundinnen und bin dann praktisch dort sehr gut fündig geworden. Tami und ich waren sehr erfolgreich und haben dort gerade uns die neue Marke Milk Make-up angeguckt. Ich habe auch die neue Fenty Foundation, worüber ich euch sehr gerne eine Rückmeldung geben kann. Und habe bei Beauty Bay geshoppt. Leider Gottes den Sale jetzt verpasst. Die hatten jetzt bei 115 Euro 20% Sale auf den gesamten Einkauf. Da hätte ich mir den Arsch beißen können. Das eine oder andere, was ich eigentlich hätte kaufen wollen. Ich hatte mich schon gewundert, da gab es keinen Sale. Jetzt gab es wieder einen. Der nächste Haul wird dann erst auf Ende Oktober kommen. Anfang November, wenn unsere Hochzeit stattfindet. Wenn ich einfach noch das Gefühl habe, das eine oder andere gerne haben zu wollen. Ich habe jetzt sehr, sehr schöne Items für euch. Und ich fange jetzt mal an mit den Produkten, die ich in der Stadt geshoppt habe. Bei Sephora und bei DM. Wie ihr wisst, gibt es ja jedes halbe Jahr etwa ein Sortiments-Update bei Catrice und Essence. Und somit habe ich praktisch ein paar neue Sachen mir angeguckt. Und zwar einmal bei Essence und einmal bei Catrice. Ich fange jetzt mal an mit dem Catrice. Und zwar habe ich von der Clean ID Reihe. Es tut mir ganz sehr leid. Irgendwie versucht, mein Handy gerade nicht so zu fokussieren, wie ich das möchte. Deswegen kann ich es euch meistens nur so zeigen. Eventuell kommt ein neues. Aber die Qualität ist ja trotzdem super. Nur, ich kann es halt nicht mehr so ganz krass im Close-Up zeigen. Aber das ist die Verpackung. Aber irgendwie fokussiert das nicht mehr. Ich glaube, durch ein Update, das ist jetzt seit zwei Monaten so, ärgert mich wahnsinnig. Oder hat er das verlernt, weil ich es lange nicht mehr filmen konnte. Und auf jeden Fall ist es von der Clean ID der Mineral Bronzer. Da sind 84% natürliche Ingredients drin. Und er ist mit einem SPF von 15, was ich immer ganz cool finde. Und er soll eine sehr, sehr Silky & Smooth Formula haben. Ich zeige euch später ein anderes Produkt. Der Bronzer ist wirklich wunderschön. Er lässt sich super auftragen. Ich habe jetzt heute natürlich durch den natürlichen Look jetzt gar nicht so viel Bronzer gewählt. Aber ich muss sagen, der hat eine perfekte Farbe. Ist wirklich die Farbe Light Medium. Also ich muss sagen, ich zeige euch später ein anderes Produkt, wo ich sogar den hellsten Ton genommen habe. Und der perfekt für mich passt. Da müsst ihr einfach schauen. Ich mag eher die nicht ganz so hart warmen, aber eher kühleren Töne in dem Pen. Zum Beispiel der Hati Bronzer. Der Shit sage ich euch. Da bin ich auch sehr froh, dass ich da noch ein paar habe von. Weil ich hoffe, dass sie den einfach permanent machen. Weil die Farbe ist wirklich mega perfekt. Und wie gesagt, ich habe die Farbe Light Medium. Der kostet es ungefähr 4,99 Euro. Ich finde das neue Sortiment ganz leider wahnsinnig teuer. Es ist nicht sehr billig. Und da bin ich jetzt nicht so hardcore begeistert von. Weil ich einfach finde, dass das nicht sehr verbraucherorientiert ist. Weil ja nicht jeder sich diese Art von Dingen leisten kann. Dann habe ich natürlich als Halb-Thai die neue Savat-Di. Savas-Di Bangkok. Das heißt Savat-Di. Also praktisch in der weiblichen Form. Savat-Di. Savat-Di Hallo praktisch. Und Savat-Di Kap praktisch als Junge. Und auf jeden Fall habe ich die Bangkok Palette. Und ich muss euch sagen, Leute. Ich habe da ja noch die. Ich habe die anderen auch davon. Das ist wirklich eine unfassbar schöne Palette. Ich liebe die. Da sind ganz, ganz tolle, smoothe Töne drin. Und ich bin super hardcore begeistert davon. Ich habe mir die gekauft. Ich glaube für 4, 5 Euro oder so. Bin super begeistert von. Pigmentierung stimmt. Und ich finde auch einfach, das ist so eine wunderschöne Herbstpalette. Also jeder, der gerade Bangkok Fan ist oder einfach ganz tolle, also wirklich auch tolle bronzige Töne. Also da könnt ihr echt nichts falsch machen. Die haben mir super gefallen und habe dann einfach direkt zugeschlagen. Natürlich, landesbedingt habe ich natürlich einen Drang gehabt, natürlich die zu testen. Und ich finde die wahnsinnig gut. Falls ich ein Bild mal vom Alltag habe, blende ich euch das sehr gerne ein. Aber es kann sein, ich weiß auch nicht. Ich habe manchmal jetzt angefangen, bei neuem Licht meine Looks abzufotografieren, weil ich habe so einen neuen LED-Fluter. Der hilft mir jetzt auch ein bisschen beim Fokussieren, weil ich sehe es nicht so ganz so ein, für 1.000 Euro ein neues Handy zu kaufen, weil das Scheißding hier nicht meint, immer fokussieren zu müssen. Ansonsten werde ich das anders lösen, dass ich euch mal Bilder einfliegen lasse oder so. Da werden wir bestimmt auch sehr einig mit. Dann habe ich die Catrice LE, und zwar Better Than Gold. Und zwar ist es ein wunderschöner Highlighter-Palettchen. Natürlich wow, mit wow, wow, wow geilen Highlightern. Super smooth, Leute. Wenn ihr die noch bekommt, schnappt euch die. Ich habe dafür, glaube ich, 9 Euro bezahlt. Superschöne LE. Ich muss euch sagen, ich habe keine einzige von den Lidschatten-Paletten gekauft, weil ich habe da hinten für unseren Stöpsen, für unseren Bauchzwerg, habe ich hier hinten aussortiert. Da wird es auch noch ein Video dazu geben, dass ich euch einfach zeige, was haben wir gekauft, was haben wir geschenkt bekommen, wo haben wir unsere Klamotten herbezogen für unser Kind. Einfach damit ihr mal wisst, okay, in welchem Umfang muss man was haben oder nicht. Ich denke, ich lasse auch sehr vieles auf mich zukommen, weil ich einfach auch gar nicht weiß, was braucht ein Baby, was braucht es eben nicht. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, 10 Schlaf-Overroads bekommen, alleine für den, nicht Schlaf-Overroads, sondern solche Schneeanzüge, wovon ich dann einige abgeben werde, weil ich habe jetzt 4 behalten, die anderen 6 werde ich vergeben oder mir von dem Erlös des Geldes neue Sachen kaufen für den kleinen Bauchzwerg. Weil ich muss halt ehrlich sagen, was soll ich denn mit 10 Schneeanzügen? So schnell wie die wachsen, kann man ja gar nicht gucken. Und dann habe ich mir nochmal eine Palette gekauft und zwar nicht die von Cadre, sondern von Essence. Und zwar, da sind auch öfters mal Sticker drin und das ist auch eine tolle Palette, You Are My Gold. Und ich liebe diese Farbe, die ist der Shit, sage ich euch. Die Highlighter sind wirklich wow. Also ich kann halt leider nichts anderes sagen, wie dass sie mich unglaublich begeistert haben. Die sind super smooth, aber auch im allgemeinen Sortiment von Essence, muss ich einfach sagen, gefallen mir die Produkte und die Farbtöne, die sie auswählen, sehr gut. Da ist zum Beispiel so ein, ja, Nas Orgasms, sage ich mal, Style. Dann habt ihr hier zum Beispiel das Rose Quartz und so. Ihr habt doch zum Beispiel auch einen sehr hellen Ton, der aber sehr, sehr schlicht auf der Haut aussieht. Also wirklich wahnsinnig schöne Palette. Wie gesagt, das hat eine Limited. Da solltet ihr halt gucken. Die ist letztes Jahr auch schon rausgekommen. Ich habe die auch vom letzten Jahr und muss sagen, dass das halt wirklich absolute Reisepaletten sind. Ihr braucht eigentlich nichts anderes und da muss ich einfach sagen, da habe ich echt zugegriffen. Jetzt kommen wir mal zu meiner Sephora Eskalation, zumal ihr bei Sephora sehr aufpassen sollt, denn anschließend braucht ihr einen Insolvenzantrag. Bei Sephora Deutschland einzukaufen, ist eine wirklich sehr, sehr, sehr teure Angelegenheit. Ich habe mir drei Sachen dort mitgenommen und zwar das erste, was ich mitgenommen habe, war ein Backup von meiner Fenty Beauty Uncuffed Liquid Lipstick, denn das ist mein absoluter, ich bin schwanger und sehe Bombe aus Look. Das ist praktisch meine Lippenfarbe, nur absolut perfektioniert. Die hält Bombe, Bombe Leute. Ich habe noch zwei andere Farben, ich habe noch einmal die Farbe Unveiled, das ist praktisch so eine schöne Herbstfarbe und natürlich die Farbe Uncensored, die ist rot. Und wir sind jetzt nun mal einfach in den Herbst reingeschlittert und das habe ich mir als Backup gekauft, weil ich tatsächlich bald Hit The Pan habe und das gibt es hier nicht. Dann hat ja eine neue Marke bei Sephora aufgemacht. Letztes Jahr kam ja Fenty Beauty dazu und dieses Mal gab es Milk Makeup. Und Milk Makeup, das habe ich hier für euch, das ist der Milk Hydro Grip Primer. Da haben alle YouTuber so geschwärmt, das ist wirklich eine ganz tolle Hautpflege. Er kostet 30 Euro, 29,99 Euro. Bei Sephora gibt es ganz selten Sales. Es gibt welche, aber es ist ganz schwierig und vor allem meistens zu Zeiten, zum Beispiel neulich war immer eine Stundeweise jeweils eine Marke im Sale. Ich muss sagen, da habt ihr keine Chance, wenn ihr tagsüber arbeitet, wie sollt ihr hier an so einen Sale rankommen. Aber ich kann den absolut empfehlen, dieses Produkt. Hammerhaut bekommt ihr da durch. Es sieht so schön aus. Das ist wirklich ein ganz, ganz schleimiger Primer, der sich wirklich wie Kleber verhält eigentlich. Der ist so richtig tacky. Also das bedeutet einfach auch für eure, für das Verhalten mit einem Makeup ist es einfach so, dass er halt richtig, richtig das Makeup anzieht. Er bietet halt auch einen Schutz, eine Schutzwahl zwischen der Haut, zwischen dem Primer und dem Makeup. Und ich muss sagen, ich konnte mich abends super easy damit abschminken. Also ich konnte einfach leichter das Makeup abtragen und ich muss sagen, die 30 Euro haben sich absolut gelohnt. Dann, ich muss einfach sagen, ich liebe Fenty Beauty und ich lasse da super gern mein Geld liegen, weil ich einfach so begeistert bin von der Marke, der Farbauswahl. Und zwar habe ich mir, wie ihr seht, schon eine, ich habe da schon echt einiges von benutzt, deswegen kann ich euch auch eine Mini-Review dazu geben. Das ist die Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Diese Foundation ist sogar geeignet für super ölige Typen. Ich habe eine sehr gute Freundin dabei gehabt, die teilweise noch öligere Haut hat wie ich. Wir haben auch denselben Beruf, sind Altenpfleger in Dauernachtwache Einsatz. Ich natürlich jetzt im Schwangerschaftsurlaub sozusagen und sie halt jetzt einfach im schon Einsatz. Sie hat die auch in der Arbeit getragen und sie hat mir die Rückmeldung gegeben, dass die unglaublich gut hält. Ihr habt 50 Farben in dieser Fenty Foundation, das heißt, ihr habt auf jeden Fall die Farbe dabei. Wirklich von weiß, weiß bis Kakaobraun. Habt ihr alles dabei an Farben, die ihr brauchen könntet. Und ich habe die Farbe 240. Ich habe allerdings auch die Pro Filter Matte Foundation. Und ich habe eins zu eins dieselbe Farbe 240, die Soft Matte Longwear Foundation. Die müsst ihr halt tragen, gerade im Sommer trage ich die. Aber ich brauche jetzt einfach ein Make-up, wo mich einfach gesund aussehen lässt. Und eine Matte Foundation reicht oft dazu, in meine Lachfalten reinzukriechen. Und ich habe halt sehr ausgeprägte und muss sagen, dass die jetzt echt abgelöst wird von der. Ich finde das Packaging eigentlich vollkommen in Ordnung. Die kommt mit so einem Pumpdrücker. Ihr bekommt auch eigentlich alles raus, weil ihr von oben ja wie bei einer Zahnpasta das runterdrücken könnt. Die Farbauswahl könnt ihr aussuchen, genauso wie die, was ihr vorher hattet bei der Pro Filter. Super geiles Produkt. Und dann habe ich halt, ihr müsst halt überlegen, bei drei Produkten seid ihr schon locker über 100 Euro. Ich habe glaube ich 114 Euro ausgegeben oder so. Das waren drei Produkte. Und muss aber sagen, ich bereue keinen Cent davon, weil es einfach so der Hammer war. Ich habe mir von Fenty Beauty den Shady Biss Sunstalker Bronzer von Fenty Beauty gekauft. Der ist der Shit, sage ich mir. So smooth und so perfektioniert sieht eure Haut aus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr tragt den halt auf. Ihr könnt richtig geil konturieren damit. Ich finde aber bei Fenty Beauty die Töne zu warm. Also umso höher ihr geht. Shady Biss ist wirklich light. Also das ist light. Da sind glaube ich vier, fünf Farben. Das ist jetzt nicht so viel. Muss aber sagen, diese Töne, die weiter nach oben gehen, sind mir persönlich zu orange. Deswegen habe ich mich für den Shady Biss entschieden. Und muss sagen, der ist einfach geil. Also eure Haut sieht nicht nur gebronced aus, sondern einfach auch wahnsinnig schön in Form gebracht. Und da muss ich sagen, da bin ich absolut der Hype, der absolute krasse Fan von. Und das war wie gesagt jetzt mal meine Sephora-Bestellung. Und wie gesagt, bei Sephora tut mir den Gefallen, kauft sinngemäß das ein, was ihr wirklich haben möchtet. Weil das ist kein Laden, wo ihr reingeht wie bei Essence und einfach die Theke kauft und 50 Euro bezahlt. Sondern ich habe wirklich für dieses, dieses und dieses um die 100 Euro bezahlt. Das ist nicht wenig. Also das sind so 35, 35 und nochmal 30. Da seid ihr ganz schnell bei 100 und 110 Euro oder mehr. Ich hatte noch irgend so ein Labello dabei, da war ich bei 113 Euro oder so. Das ist etwas, was ihr euch gönnt. Das mache ich zum Beispiel nicht jeden Monat. Ich probiere jetzt diese Foundation aus. Wenn die leer ist, dann probiere ich mich weiter aus. Aber die da ist schon verdammt gut. Kommen wir nun zu meiner Douglas Bestellung. Bei Douglas gibt es immer wieder, wenn ihr unter Neuheiten geht. Ich hatte, ich grundsätzlich kaufe da nie etwas ein, wenn ich nicht mindestens 20% bekomme. Diesmal habe ich sogar 20% Gutschein gehabt plus einen Coupon für Gratis-Produkte. Und ich zeige euch mal das erste Produkt. Ich habe bei Mel Thompson, das ist praktisch eine ganz, ganz tolle YouTuberin, habe ich gesehen, dass sie von Glow Recipe, das Watermelon Glow Ultra Fine Mist, super liebt. Und ich muss euch sagen, der Spritz ist einfach perfekt. Das riecht unglaublich geil nach einem Wassermelone. Ist ein Glowy, ich sage mal so, ein Hydrating Primer. Also nicht ein Primer, sondern so eine Art Hydrating and Glowy. Also ihr bekommt so eine Schiene auf die Haut. Ich liebe das Zeug. Das ist vor allen Dingen, ich benutze das jetzt gerade, da sind auch sehr viele Ölandteile drin. Einfach so, um das Make-up nicht langhandhaltender zu machen, sondern eher die Pudersubstanzen besser ineinander verschmilzen zu lassen. Und dafür muss ich sagen, es ist unglaublich gut. Es ist aber auch unglaublich teuer. Ich glaube auch um die 30 Euro. Es ist nicht sehr groß. Aber ich muss euch sagen, das sind wirklich Investments, die ihr dann einmal macht. Und dann müsst ihr bei 20 Prozent, habt ihr dann schon ein paar Euro noch gespart. Das macht das natürlich nicht günstiger, aber ein bisschen reasonable sozusagen. Ich finde das Produkt sehr gut. Ich finde, es könnte ein bisschen höher sein. Das sind jetzt 8, wurscht es, 75 Milliliter. Ich finde, es könnte noch 100 sein, dann würde man ein bisschen mehr. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt als Alltag den All-Nighter. Kann aber im Winter darauf verzichten, weil ich praktisch nicht so stark fettende Haut bekomme im Winter und durch meine Schwangerschaft einfach eine andere Hautkonsistenz bekomme und einfach jetzt mehr Glow meiner Haut zugebe, weil ich einfach denke, das schadet ihr auf jeden Fall nicht. Und dann muss ich einfach sagen, habe ich mal bei Benefit die ersten drei Produkte gekauft, die ich jedem im ganzen Leben gekauft habe. Und zwar den Cookie Highlighter und den Tickle Highlighter und den Benefit Boing Cake Less Concealer. Leute, ich habe den heute das erste Mal getestet. Das ist dieser hier. Der Concealer ist sehr teuer. Also ich muss echt sagen, wenn er nicht so krass aussehen würde, würde ich es euch nicht empfehlen, aber ich muss es tun. Der sieht aus wie so ein kleiner Stift mit einem Radierkopf drauf. Das ist wie gesagt der Cake Less Concealer, ist unter den Neuheiten zu finden. Ansonsten gebt ihr bei Benefit einfach das ein. Leute, ich habe die Farbe 03. Da müsst ihr ein bisschen gucken, der ist sehr hell. Der Caked 0. Der sieht so gut aus. Leute, ich kann euch das gar nicht mehr beschreiben, wie schön der aussieht. Der hat eine so smoothe Konsistenz. Also ich habe zum Beispiel den E.L.F. 16 Hour Camo Concealer. Der ist zum Beispiel auch eines meiner Favorites. Dieser hier. Der ist auch schon richtig geil. Und ich muss sagen, für den Alltag nehme ich den. Aber für richtig krasse, schöne Looks ist der einfach der Shit. Also er caked wirklich null Nader die Bohne. Sieht unglaublich smooth unter den Augen aus. Und ihr müsst mal sehen, ihr seht ja hier zum Beispiel ganz natürlicherweise, seht ihr ja hier zum Beispiel, hier seht ihr das, wie das hier reinkriegt. Das ist einfach auch unglaublicher Schlafmangel, den ich habe. Nicht durch ein schon vorhandenes Kind. Aber ich habe zum Beispiel mir ja den Ischias eingeklemmt und kann einfach nicht so im Bett liegen, wie ich das gerne möchte. Ich habe dann einfach auch Schmerzen. Und ich muss einfach sagen, momentan bin ich echt an so einer Kapazitätsgrenze, wo ich echt der Ohnmacht nahe bin. Nachts zum Beispiel bin ich sehr oft wach und kann nicht schlafen. Dann gehe ich raus und nähe. Wo es allerdings auch mal ein paar Videos geben wird. Und zwar, wie man Pumphosen für Babys näht. Weil ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer, wenn man sich das mal aneignet. Ich habe das jetzt ganz, ganz viel gemacht. Wir haben für unser Kind ganz tolle Stoffe gekauft und haben dann einfach Hosen genäht. Weil ich mag das einfach. Ich weiß nicht, ob es mein einziges Kind bleibt. Somit werde ich das mit schönen Klamotten verwöhnen. Und ich habe dann einfach mir die Mühe gemacht, in meiner einfach Urlaubszeit, wo ich jetzt einfach im Beschäftigungsverbot bin, aufgrund meiner Dauernacht-Wachentätigkeit darf ich ja nicht mehr weiter arbeiten. Habe ich mich einfach entschieden, selber zu nähen. Und wer natürlich zu Hause viel Zeit hat, hat natürlich auch sehr viele Ideen, wie man sein Geld ausgibt. Und ich habe diese beiden Highlighter gesehen. Die Alida hat mir auch mal davon erzählt gehabt. Und zwar sind es die Highlighter in solchen Cheerleader-Paletten. Das Problem ist, ich mag solche Face-Paletten nicht, weil ich manchmal davon etwas nicht benutzen kann. Der da ist wunderschön. Der ist praktisch derselbe in rosa. Aber der da ist, also jetzt über dem drüber, ja. Ich zeige euch mal hier an der Nase. Und hier nochmal ein bisschen drüber. Leute, das ist einfach ein Highlighter, der einfach seine Perfektion erreicht hat. Also ich habe wirklich so, so krass geile Reviews darüber gesehen, dass ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein. Also ich habe jetzt ja hier über dem von Essence drüber gegeben. Der ist so toll. Ich habe wirklich unglaublich Textur auf der Haut. Ihr müsst mal sehen, hier durch die Schwangerschaft kann man einfach nichts verleugnen. So schönes Produkt, unglaublich. Also ich habe wirklich sehr strukturierte Haut und ich bin mittlerweile sogar so hardcore unterwegs, dass wenn ich eine Foundation, die mir zu matt ist, gehe ich da mit einem ganz fluffigen Pinsel rein und gebe mir so ein bisschen Glow auf die Haut. Also es ist ein unglaublich schöner. Also das war wirklich eine Wahnsinnsidee, das Benefit, den auch auf groß gegeben hat. Da sind jetzt 8 Gramm drin. Das reicht euch ewig. Auch nicht billig, Leute, kann ich euch sagen. Es sind über 34 Euro, was ihr für einen bezahlt. Muss aber sagen, dass ich persönlich jeden Cent doppelt und dreifach zahlen würde, weil ihr einfach ein Produkt bekommt, was super, super schön auf eurer Haut aussieht. Ich habe dann noch einen Code gehabt, wo ich dann noch 3 von 10 konnte ich eingeben und habe mir noch Gratisprodukte. Einmal habe ich mir mitgenommen die Brazilian Bambam Cream als Tube. Also das konnte ich mir raussuchen, das war richtig cool. Dann habe ich mir von Bobby Brown einen Instant Longwear Makeup Revoer mitgenommen. Muss aber sagen, ich habe den jetzt nur mitgenommen, weil halt die anderen Sachen mir nicht so zugesprochen haben. Und das andere ist das Frangipani in Hibiscus Energizing Shower Gel von der Douglas Eigenmarke, von der Homes Bar Reihe. Und jetzt zeige ich euch auf jeden Fall super exciting Sachen, die ich gekauft habe bei Beauty Bay. Allerdings nicht im Sale, sondern der Sale ist jetzt glaube ich abgelaufen, sondern zu regulären Preisen, die ich aber auch total gerechtfertigt finde. Ich liebe Beauty Bay. Beauty Bay ist eines der wenigen Läden, wo ich wirklich vollpreis gerne bezahle, weil Beauty Bay für mich es einfach sehr geil zugänglich gemacht hat, an einige Marken ranzukommen. Ich hatte bis jetzt nicht das Glück, zum Beispiel in Amerika leider Urlaub zu machen. Wir wollten eigentlich dieses Jahr Christmas in Weihnachten verbringen. Ich werde mein Christmas dieses Jahr in einem Kreißsaal verbringen, weil das Geburtsdatum unseres Kindes am 24.12. errechnet wurde. Also da hat mir Amon ein ganz dickes Ei ins Nest gelegt. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin so dankbar. Ich muss halt immer wieder sagen, also ich weiß einfach durch private Schicksale, die ich einfach mitbekomme, dass es einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich möchte auch ein bisschen näher eingehen über einfach über meine, ich will nicht sagen Leidensstory, aber einfach über die Erfahrung, die ich als Schwangere bis jetzt gemacht habe. Es sind eben nicht immer positive Erfahrungen, sowohl im Freundeskreis wie auch in eurem Umfeld. wird sich sehr viel verändern. Ich muss sagen, mit jedem, dem ich gesprochen habe und ganz ehrlich gefragt habe, wie es bei denen aussieht, hat es sich genauso ergeben, dass die beste Freundin plötzlich sich nicht mehr für einen interessiert, die einfach keinen Bock mehr hat. Du bist ja nicht cool genug, du wirst ja jetzt Mama. Und das tut schon sehr weh. Und da möchte ich einfach auch gerne darauf eingehen, weil ich einfach denke, dass dieses, ich sage immer Pregnancy-Shaming, halt echt teilweise noch weitergeht, wie das, was man halt so an der Oberfläche sieht, dass man halt sagt, okay, man ist schwanger, man möchte es eigentlich der ganzen Welt rausschreien, aber eigentlich wird es niemand hören. Und darüber möchte ich sehr gerne sprechen, weil ich einfach diese psychologischen Hintergründe über vielerlei Dinge, die einfach passieren, ja, dass beste Freundin zum Beispiel sich wirklich den Arsch nicht mehr zu dir hindrehen, nicht mehr vorbeikommen. Das tut einfach weh und ich denke einfach, das muss so nicht sein. Und ich muss sagen, ich bin durch einige Ablösungen in meinem Freundeskreis sehr gut weggekommen. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir ein gesundes Kind, ich hoffe doch unter Gottes Sonne, dass wirklich ein gesundes Kind kommt, bis jetzt alles total normal und selbstverständlich, dass alles so dran ist und so wächst, wie es ist. Es kommen jetzt bam, bam, bam die Videos, aber ich habe einfach Tage, wo ich mich nicht vor die Kamera setzen kann, weil es mir einfach so schlecht ist, Leute. Und ich möchte mal anfangen mit eines der Dinge, die mich einfach sehr erhält und zwar die neue Anastasia Jackie Einer Palette. Ich mag Jackie Einer eigentlich ganz gerne. Ich mochte sie mal mehr, aber jetzt ist sie mir gerade, also die ist halt sehr fame jetzt mittlerweile und sie hat jetzt glaube ich auch 4 Millionen Abonnenten und die sind ja in Amerika auch viel krasser unterwegs als die deutschen YouTuber. Also ich muss sagen, die YouTuber, die in Deutschland schon richtig Geld verdienen, das sind dann solche wie Bibi und Dagi und solche, ja, weil einfach sehr junge Anhänger ihr Geld halt dort lassen. Ich muss sagen, ich gehöre halt nicht zu dem Stammpersonal, die jetzt Sachen kaufen, weil sie halt, ich möchte halt die Leute unterstützen, wo ich weiß, da steckt Qualität dahinter. Und vor allen Dingen, ich möchte Leute sehen, die sich auch schminken können. Ich habe keine Lust, Videos anzugucken, wo ich weiß, die Leute sehen eigentlich scheiße aus, ja, und trotzdem bringen sie keine schönen Produkte raus. Ich muss sagen, Jackie Einer ist eine wunderschöne Frau, ist auch mittlerweile verlobt und bei der läuft es richtig, richtig gut und jetzt muss ich gerade mal das Kram zusammen sortieren, weil da liegt überall Folie rum. So, und die Jackie Einer Palette kommt, wie gesagt, das Äußere sieht genauso aus, ist so richtiges Mermaid Style, das hat so einen changierenden Verlauf und das ist die Palette, Leute. Die sieht so schön aus. Ich habe erst mal gedacht, ah, ob das so mein Farbschema ist, aber Leute, abartig. Ich habe noch nichts davon angefasst, sage ich euch. Ich weiß nur, dass die Qualität crank ist. Also, richtig, richtig schöne, smoothe Lidschatten, wo auch 50 Euro gerechtfertigt sind. Die Palette kostet 50 Euro. Wie gesagt, es war jetzt ein Sale bei Beauty Bay. Da habe ich leider nichts mitbekommen von, weil ich halt leider drei Tage vorher bestellt hatte. Das war jetzt aber nicht schlimm. Das kann euch immer wieder passieren. Die nächste Bestellung geht bei mir höchstens erst raus. Ich glaube, Dominique Cosmetics wird jetzt eine neue Palette raus, Celestial Storm. Und die werde ich auf jeden Fall haben wollen. Und wie gesagt, das ist der Scala Scheme. Ihr könnt praktisch auch sehr neutral schminken mit diesen Farben. Ihr könnt wunderschöne, und welche Farbe ich auch wunderschön finde, ist die Farbe Pinker. Pinker ist so eine Farbe, die ich halt so im Alltag super tragen würde. Ich liebe die Palette. Und ich habe halt die Sultry, die Soft Glam. Ich habe eigentlich fast alle, außer diese ersten Paletten. Und diese ganz bunte da, die mochte ich nicht. Ich habe auch die Rivera Palette. Alle Paletten funktionieren. Sie funktionieren einfach. Da brauchst du nicht gucken, ob die funktionieren. Die funktionieren definitiv. Und die sind ihr Geld auf jeden Fall wert. Und ich habe nochmal zwei andere Paletten mitgenommen. Und zwar, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Kristen Dominique. Kristen Dominique ist eine YouTuberin, bildschöne Frau. Und die hat eine Brand etwa letztes Jahr gelauncht. Und die hat die neue Rustic Glam Palette runtergebracht. Ich habe von der auch die Creams & Berry. Ich zeige euch die mal. Creams & Berry, das ist so mein Favorite, weil das sind halt voll meine Farben. Die habe ich auch. Die sind alle ziemlich groß. Qualität, wow, sage ich euch. Also die hat wirklich die fast beste matte Formulierung. Jeffree Star hat es halt mit Metallics zum Beispiel richtig geil. Und sie hat halt unfassbar schöne Produkte in matten Lidschatten rausgebracht. Ich fand einfach das Colorscheme absolut geil. Ich fand das Blau geil. Ich fand diese Farbe Cactus halt mal richtig geil. So ein wunderschönes, ganz cooles Kaki. Dann habt ihr hier die ganzen Shades, wie zum Beispiel hier Moonchild. Das ist einfach wow. Das sieht einfach so, so schön aus. Und dann habt ihr die Farbe Wildflower, Free Spirit. Und dann habt ihr auch immer sehr viele Neutrals, wo ihr praktisch sehr schön in eurer Crease arbeiten könnt. Und die Palette hat 43 Euro gekostet. Ich finde die aber super, weil die ist halt richtig groß. Also schaut mal zu meinem Kopf hinweg. Und ich mag sie sehr gerne. Sie hat auch einen wunderschönen Style. Und bin super begeistert. Und dann habe ich mehr. Ich bin nicht begeistert. Ich mag Manny MUA mittlerweile gar nicht mehr. Also ich gucke es auch nicht mehr wirklich. Muss aber sagen, dass ich allein von dem, dass halt meine YouTuber, die halt, sag ich mal, ihn noch unterstützen, mega, mega schöne Reviews rausgebracht haben. Es ist nicht immer so, dass wenn ihr jemanden nicht mögt oder so, dass ihr die Produkte nicht toll findet. Und das ist einfach genau der Fakt, der hier passiert ist. Und zwar habe ich mir die von Luna Beauty, die Strawberry Dream Palette gekauft. Und Leute, die riecht so geil nach Erdbeeren. Und zwar ist das diese Palette hier. Ich meine, wenn ihr die so seht, denkt ihr, oh mein Gott, das ist ja wieder so eine neutrale Palette. Ich finde die richtig hammerschön. Ähm, ich finde die unglaublich schön. Ähm, ich habe auch eine andere. Ich habe die Live is a Drag Palette noch von Luna Beauty. Muss aber sagen, die da gefällt mir noch besser. Ähm, ich finde die hat so einen richtig schönen, ähm, ich mag diese komplette Reihe. Ihr könnt von hier nach hier nach hier arbeiten. Mit einem dunklen. Dann habt ihr hier noch so Lid-Topper. Das ist auch richtig toll die Idee, dass ihr einfach so richtig tolle Lid-Topper bekommt, wo ihr praktisch so richtig, ähm, ähm, solchen chanchierend Gold-Silberton bekommt. Das ist einfach wunderschön. Und ich finde die Palette mega gelungen. Die hat, glaube ich, ich glaube 45 Euro gekostet. Finde ich super, super schön. Auch das Packaging, das ist unglaublich. Das ist richtig 3D. Also wenn ihr drüber langt, da könnt ihr den Mond anfassen. Und auch diese Wolken sind 3D. Das fühlt sich unglaublich hochwertig an. Und ich liebe die jetzt schon. Und ich habe jetzt ein, zwei Mal rumgeswatcht. Also, wenn ihr viel Make-up habt, wisst ihr, dass die auf jeden Fall richtig gut sein wird. Und dann habe ich noch die 2 letzten, nee, 3 letzten Produkte. Ich habe mir dann nochmal das Setting Spray gekauft. Und zwar habe ich mir einmal eine kleine Version, die 100ml Flasche von der Gerard Cosmetic Slay All Day Setting Spray in der Großrichtung Jasmin. Jasmin ist sehr penetrant. Also das riecht eigentlich, wie wenn ihr in einen indischen Laden reinrennen würdet. Das ist eigentlich die exakte Beschreibung, die ich mir geben würde. Der Mister ist allerdings super. Was halt mein kleines Problem ist, ist, dass da Alkohol enthalten ist. Das verfliegt natürlich sehr schnell. Natürlich ist es so. Also es ist Wasser und Alkohol, also praktisch Alkohol, der für die Haut natürlich verträglich ist drin. Aber ich muss sagen, natürlich ist es so, wenn ihr alkoholhaltige Sprays habt. Ich weiß gar nicht, ob im All-Nighter so viel drin ist. Ich glaube gar nicht. Wo steht denn das? Ich weiß gar nicht, wo das da steht. Ich kann das gar nicht lesen. Da ist so viel Krams drauf. Also auf jeden Fall hier, nee, da ist es halt nett, dass da halt Alkohol drin ist, sondern da ist halt Alkohol drin. Das ist natürlich klar, dass wenn ihr alkoholhaltige Sprays benutzt, dass das natürlich euer Schwitzen und so weghält. Ich würde damit sehr vorsichtig umgehen, weil gerade schwanger weiß ich jetzt nicht, ob ich das so teuer finde, wenn ich mir Parfüm in die Fresse schmiere. Aber das geht dann schon irgendwo klar. Und dann habe ich mir noch von BH Cosmetics, weil ich bei BH eigentlich selten bestelle, weil mir gefällt irgendwie die Seite mittlerweile auch nicht mehr. Die sieht mir viel zu shabey aus. Die sieht mittlerweile komisch alles aus. Ich finde auch, die Sales sind eigentlich ganz gut, aber ich brauche mittlerweile keine Pinsel mehr, denn da oben ist eine Schublade. Da sind alles voll mit Pinseln und die Pinsel, die ich habe, sind sehr pflegsam behandelt. Das heißt, da geht gar nichts. Ich habe mir die Glowing in Grease gekauft. Und zwar, ich habe ganz schöne Lächer reingebohrt in die Glowing in Bali. Und zwar, ich habe hier die Glowing in Bali Das ist halt meine Palette, die ich halt im Alltag für Blush und Highlighter benutze. Die war auch in Teneriffa dabei. Und habe mir jetzt einfach die peachige Schwester dazu geholt. Was ich hier super fand, ist, dass hier zwei Mykonos und Paros praktisch matte waren. Da drüben sind halt mehr Glow-Blush drin. Und die Highlighter sind halt super schön und smooth. BH Cosmetics hat mit Abstand, Leute, von den günstigen Marken die krassesten Highlighter. Da kann ich echt nur sagen, ich habe für die aber auch nur 16 Euro bezahlt. Fand ich jetzt auch mega in Ordnung. Und wie gesagt, ich wollte die jetzt beide haben, weil das sind richtig geile Paletten, Leute. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr halt haben wollt, dann sind die auf jeden Fall perfekt. Und das letzte Produkt, bevor ich jetzt hier die Schnappatung bekomme, ist das Setting Powder von Jeffree Star. Ich habe mich allerdings noch nicht zu dem Concealer durchgearbeitet, weil, wie gesagt, ich persönlich einfach davon ausgehe, dass, wenn ich einen Concealer kaufe, ist bei mir nicht der erste Gedanke, weil ich halt so krass beschissen aussehe im Gesicht, sondern einfach, weil ich halt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, zum Beispiel, wie man 24, 25 Euro ausgeben für einen Concealer. Ich mache es dann lieber so, dass ich 30 Euro ausgebe für zwei verschiedene Foundations und die dann halt in zwei verschiedenen Farben auftrage, zumal ich mit sehr günstigen Concealer super fahre. Ich habe mir das Jeffree Star Banana Powder gekauft, was bei mir super funktioniert. Ich will mir aber auch das Translucent kaufen. Das Einzige, was ich echt sagen muss, es ist einfach wenig Produkt. Da sind drin 12 Milligramm. Bei Fenty für dasselbe Geld sind 28 Milligramm drin. Das Fenty ist mit, also und das Too Faced hat auch, das hat sogar noch mehr, das hat 12. Das ist halt echt ein bisschen wenig, muss man sagen, wenn man so überlegt. Also da sind 35 Ounces drin. Es ist halt nicht wirklich viel Produkt hier drin. Da muss ich halt sagen, das sieht sehr gelb aus, muss ich sagen, ja. Aber das funktioniert bei mir sehr gut, weil ich halt ein sehr oliv-orangener Unterton bin, gelber Unterton. Das funktioniert bei mir Bombe. Also das Puder ist geil. Also es ist wirklich Bombe. Ich habe es mir halt in Banane gekauft, weil ich dachte, ha ja gut. Es ist aber sehr Banane. Ihr seht es ja, das ist richtig gelb. Bei mir funktioniert es ganz gut. Ansonsten trage ich das immer so hier im äußeren Bereich an und mache halt ein anderes Puder in die Mitte. Muss sagen, es riecht einfach Bombe. Also was halt super gelöst ist, ist diese Entnahmefläche. Also ihr könnt da dran drehen, da könnt ihr halt super das Produkt entnehmen. Ich habe für das Puder, ich glaube, auch fast 30 Euro bezahlt. Ich muss halt sagen, egal wie gut ein Puder ist, ich habe Cody Airspot dahinten, da ist ein 50 Milligramm Pott für 12 Euro und ich muss sagen, für meine Haut funktioniert das auch so. Leute, das war jetzt mein Beauty Haul. Ich habe wieder richtig auf die Kacke gehauen. Noch mal ein kleiner Disclaimer, einfach am Rand. Es ist jedem absolut selbst überlassen, wie viel Geld ihr ausgebt. Lasst euch da bloß nicht ans Auto scheißen. Wie viel Geld ihr für was ausgebt, das ist absolut euer Problem. Denn ich finde nur zum Beispiel, weil ich Mama werde, dieses Mama sein oder dieses Mutter werden, unserem Kind wird es an nichts fehlen. Wir haben einen wunderschönen Kinderwagen. Wir haben ein tolles Bett. Wir haben auch gebrauchte Sachen. Wir haben eine tolle Wippe gekauft. Wir haben von allem für unser Kind das Beste gekauft, auch gebraucht. Einfach weil wir denken, okay gut, von dem wird er nicht immer alles brauchen. Dem Kind wird es am nichts fehlen. Wir haben nächstes Jahr natürlich ein anderes finanzielles Budget, weil ihr einfach in die Elternzeit natürlich anderes Geld bekommen werdet. Aber vergesst nicht, dass ihr nicht nur Mama werdet, sondern ihr seid immer noch die Frau von jemandem. Ich möchte, dass mein Mann mich immer noch schön findet, dass man halt mal weggehen kann, dass man immer noch wunderschönes Make-up machen kann. Ein Kind ist eine Lebenserweiterung, keine Behinderung. Also ihr werdet nicht plötzlich einen Tumor am Arsch haben, Füßen seiner Brust. Oder deswegen wünsche ich euch einfach, dass ihr halt confident und einfach selbstbewusst genug seid, zu sagen, hey, ich bin Mama und ich bin hübsch und ich bin schön und bin das weiterhin. Ich weiß, dass es Nächte geben wird, wo ich mir denke, um Jottes Willen, was habe ich da getan? Aber es wird auch Tage geben, wo ich einfach jeden Tag mein Kind angucke und sage, oh mein Gott, vielen Dank, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Wir sind momentan noch in der finanziellen Situation, es einfach uns leisten zu können und ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Mein Freund zum Beispiel, mein zukünftiger kriegt, hat jetzt zum Beispiel einfach mal am Wochenende einen gebrauchten Bildschirm gekauft, dafür 250, für 120 Euro. Und hey, warum nicht, wenn die Mutter sich ein bisschen Make-up kaufen kann? Da drüben liegen einige hundert Euro, das sind wirklich 200 Euro und mehr. Da lüge ich euch auch nicht an. Es ist aber einfach so, dass ihr einfach immer im Fokus halten müsst. Das sind jetzt Haulzeiten, die ich habe. Ich habe davor aber vier Monate gar nichts eingekauft. Wir haben alles fürs Kind eingekauft. Wir haben eine Kommode umgebaut. Wie gesagt, wenn das alles mal steht, also kurz bevor der Kleine dann kommt, im Dezember, werde ich euch alles zeigen, wie es schon vorbereitet ist, wie es aussieht, bezogen, dekoriert und so. Wir machen unserem Kind eine Ecke in unserem Schlafzimmer, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten ihn im Auge halten und dadurch, dass ich nach einem Jahr wieder arbeiten gehe, möchte ich auch einfach gucken, dass mein Mann praktisch in der Nacht auch sein Kind sehr nah bei sich hat, damit er einfach ihn zur Not zu sich nehmen kann, ihn beruhigen kann und dann wieder ins Bett legen kann. Ich möchte ihm das auch nicht zumuten, weil ich halt Nachtwache weiterhin machen werde, dass er ständig hin und her switcht. und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr euch weiterhin auf mich freut und ich tue das ebenfalls. Es ist jetzt einfach eine sehr, sehr anstrengende Zeit und ich hoffe, die wird auch bald, bald enden und gut enden, um dass ich hier dann sitze mit heruntergelassenen Brust, ohne dass ihr es merkt, um praktisch einfach mich daran zu freuen, dass unser Kind gesund ist. Ich bin da sehr dankbar für. Ich kann es immer wieder noch sagen, ich drücke jedem die Daumen da draußen, der wirklich diesen Weg gehen möchte. Es ist kein leichter Weg. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, schwanger zu werden und plötzlich total überfordert zu sein. Wie gesagt, es kommen mal solche Videos. Es ist nicht nur Beauty-Content, der in meinem Leben jetzt wichtig ist, sondern natürlich auch mein Kind, meine Familie. Im November wird, wie gesagt, Anfang November werden wir heiraten. Das ist so ein Schritt, den ich sehr gerne mache und der eigentlich für uns vollkommen in Ordnung ist, weil wir einfach schon ewig zusammen sind. Also nächstes Jahr sind es dann schon neun Jahre und die Zeit verfliegt und mit Kindern ja sowieso und ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart und lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da unten, welcher der Produkte ihr gerne sehen möchtet, weil es wird, also ich werde diese Schwangerschafts-Updates in einem Get Ready With Me machen. Das heißt, es werden lange Videos, wo ich mich habe, eine halbe Stunde für euch schminke beziehungsweise für mich und dann mache ich mich einfach fertig und werde einfach mal auf verschiedene Fragen angehen und übrigens, ja, ich habe ein größeres Septum-Piercing bekommen und zwar habe ich mir jetzt ein sehr indisches rausgelassen, weil ich das wunderschön finde. Das ist auch total Geschmackssache. Ich finde das total geil, weil ich kann den auch selber wieder aufmachen. Das war bei dem kleineren Septum nicht möglich, weil ich mit meinen Nägeln da nicht rangekommen bin. Ich werde jetzt ein bisschen kürzer mit den Nägeln gehen, weil ich ehrlich gesagt mit der ganzen Putzerei hier auch ein bisschen überfordert bin, mit den ganzen komischen Vorwies, Sebastian mit den Scherenhänden und auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video, meine Lieben und wir sehen am Freitag und am Sonntag sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020